Dad, was gibt's? Ich liebe dich. Das hast du noch nie zu mir gesagt. Hab ich dir schon mal gesagt, wie sehr ich dich liebe? Nimm's nicht persönlich. Aber wenn, dann hab ich's vergessen. Ich bin zu nichts mehr zu gebrauchen. Suchst du irgendwas, Opa? Ja, Oma. Hast du sie gesehen? Mann, Mann ist nicht hier. Kannst du dich an nichts mehr erinnern? Ich weiß, du willst es nicht hören, aber... Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Dad, ich hab mit dem Arzt gesprochen. Er denkt, es wäre vielleicht gut, wenn wir ihn mal aufsuchen. Wieso? Na... Weil ich mich an nichts mehr erinnern kann, weil ich immer alles vergesse. Was kann ich tun, damit's ihm besser geht? Sieh die Welt mit seinen Augen. Gib ihm eine Aufgabe, dann fühlt er sich nützlich. Erzähl mir noch mal, wie du Oma kennengelernt hast. Ihr habt euch in Venedig kennengelernt, stimmt's? Wie könnte ich das vergessen? Wie wär's, wenn wir zusammen hinfahren? Ich hab ja keine Haare! Was du hier für deinen Großvater tust, ist außergewöhnlich. Endlich sind wir wieder ein Team. Für jeden von uns kommt die Zeit. Wenn meine gekommen ist, vergiss nicht, dass ich dich liebe. Ich liebe dich so sehr.